Es gibt grundlegende Physikalien, die für Stabilität von Materie und die Struktur unseres Universums verantwortlich sind. Die Kräfte, die unsere Welt zusammenhalten, beruhen hauptsächlich auf den kleinsten Bausteinen der Materie. Materie setzt sich aus Atomen zusammen. In und zwischen den Atomen liegt der subatomare Raum, durch den die Elementarteilchen schwirren. Dabei befinden sich über 99 Prozent der Gesamtmasse eines Atoms im Wechselwirkungsfeld zwischen den Elementarteilchen, die kleinsten unteilbaren subatomaren Elemente. Es ist ein Bereich der Unsicherheit und Wahrscheinlichkeit, der von den Gesetzen der Quantenphysik geprägt ist. Das Wort Quantum hat seinen Ursprung im Lateinischen und bedeutet wie groß oder wie viel. Damit beschreibt es etwas Messbares, Quantifizierbares. Im Plural spricht man von Quanten. Quanten sind keine besonderen Teilchen und keine andere Form von Materie. Der Begriff bezeichnet einfach nur die kleinsten, unteilbaren Bausteine unserer Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017